Brennende Burger? Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber hier bei Hotline 5 Smashburger kriegst du die. Sie haben jetzt neu eröffnet auf der Wiedner Hauptstraße. Mal sehen, wie es wird. Wir sind bei Hotline 5 Smashburger, 5. Bezirk. Wir sind einer der bekanntesten Burger laden in Wien. Wir sind vor einem Monat umgezogen, weil unser Lokal war klein. Also nicht klein, sondern mit 60 Sitzplätzen und wir waren immer überfüllt. Jetzt sind wir von 60 Sitzplätzen auf 120 umgezogen. Wir sind sehr viral gegangen auf TikTok, Instagram und ich glaube, wir haben einen der besten Burger in ganz Österreich. Die Qualität macht unseren Burger aus. Man sieht ja auch auf den sozialen Medien zum Beispiel diesen brennenden Burger. Wie seid ihr auf die Idee da gekommen? Also vor drei Jahren haben wir den Käse Ring erfunden. Ganz normal, also mit Ring. Käse einfach hochziehen und dann zufällig habe ich entdeckt, man kann auch flambieren. Und du weißt, heutzutage ist alles Show. Was würdest du den Gästen empfehlen, wenn sie hierher kommen? Was müsste sie auf jeden Fall bestellen. Also auf jeden Fall mit Käse, also mit Käsesauce, also Käse Ring extra bestellen. Aber für mich ohne Feuershow, weil Feuershow ist nur fürs Video. Der Burger ist echt gut, also war echt gut. Die Kruste von dem Fleisch, das war echt geil, crunchy. Dann mit der Käsesauce noch drüber, Nachos, Jalapenos drin. Also einfach Bombe. Kann ich nur empfehlen. Bis zum nächsten Mal.